Wir kommen zur Umweltlotterie, genau. Gemeinsam für Natur und Umwelt. Heute ist der 16. Dezember 2016. Das bedeutet, in 8 Tagen ist Heiligabend. Und vielleicht gibt es für Sie jetzt schon vorher eine Bescherung. Haben Sie Ihre Los-ID parat? Dann schauen wir doch mal nach. Wer gewinnt heute den Hauptpreis? Die Los-ID 27219. 27219. Herzlichen Glückwunsch. Die Frage ist, welche Postleitzahl hat der Hauptgewinner oder die Hauptgewinnerin angegeben? Es ist eine Postleitzahl aus dem Main-Kinzig-Kreis. Schon wieder, da sind ganz viele Mitspieler wohl. Und die dürfen sich jetzt alle freuen. Jeder, der ebenfalls eine Postleitzahl aus dem Main-Kinzig-Kreis angegeben hat, hat auf jeden Fall gewonnen. Hier sind die Quoten der Hauptgewinner sind heute 10.000 Euro. Dazu gibt es einmal 5.000 Euro, dreimal 500 Euro. 45 mal 50 Euro. 192 mal 10 Euro. Und 758 mal 5 Euro. Darüber hinaus kann ich Ihnen hier ein weiteres Gewinnerprojekt nennen, das in den vergangenen Wochen ausgewählt wurde. Es geht in die Wetterau, die 5.000 Euro. Der Schlüssel zur Vielfalt in der Wetterau. So heißt das Projekt, dass in der Wiese nicht einfach nur grün ist, sondern vielfältig, sehr viel bunt und sehr viele verschiedene Pflanzen und auch Tiere dann dort einen neuen Lebensraum finden. Herzlichen Glückwunsch! rabbits wновere ist 256 v